Der elektrische Strom kann fliessen, weil in der Spannungsquelle die Ladungen getrennt sind. Die versuchen sich auszugleichen. Wir sehen oben einen Elektronenmangel, den Pluspol und unten einen Elektronenüberschuss. Die Elektronen fliessen vom Minuspol, vom Elektronenüberschuss, durch den Leiter bis zur Glühbirne und dann beginnt der Glühwendel in der Glühbirne zu leuchten. Die Elektronen fliessen dann zurück über den Leiter zum Pluspol, dort wo der Elektronenmangel vorherrscht. Diese Bewegung geht weiter und weiter, bis die gesamten Elektronen vom Minuspol, wo der Überschuss herrscht, bis zum Pluspol, wo ein Mangel herrscht, ausgeglichen wird. Dann ist die Batterie leer. Diese Bewegung von diesem elektrischen Ladungsträger nennt man elektrischen Strom.